Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Infovideo. Es ist endlich soweit, die legendäre Jagd ist endlich online. Gestern um 19 Uhr sollte ja das neue Update bzw. das neue Event endlich online kommen. Es gab ein paar Startschwierigkeiten, warum und deshalb weiß ich leider überhaupt nicht. Gegen 0 Uhr plus minus eine halbe Stunde war es dann endlich soweit, was euch inhaltlich alles erwartet und welchen Kritikpunkt ich inhaltlich gefunden habe nach dem Intro. Starten wir direkt mit dem interessantesten Teil eigentlich dieses Events und zwar ist das die Elite-Warteschlange. Wer noch nicht weiß, was das ist, erkläre ich euch jetzt. Ist eigentlich eine Herausforderung für die meisten Hardcore-Spieler, die mal ein bisschen eine Herausforderung suchen um sich mit dem Besten zu messen, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Wie ihr übrigens sehen könnt, hat sich das Layout jetzt ein bisschen verändert. Hier drüben sind ein paar Herausforderungen, die mit dem Elite-Spielen gekoppelt sind. Gehe ich gleich drauf ein. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie das ganze Elite-Spielsystem ausschaut. Dazu müsst ihr jetzt hier auf diesen Button gehen, der jetzt neu ist. Von hier aus kommt ihr jetzt ins Training, ins Apex-Spiel und in die Elite-Warteschlange. Für die müsst ihr euch erst qualifizieren. Wie funktioniert das? Ihr startet ein normales Spiel, müsst mindestens fünfter mit eurem Squad werden und qualifiziert euch somit für die Elite-Spiele und das Schloss verschwindet. Haken bei der Sache ist, wie gesagt, das habe ich in einem Video schon mal erwähnt, was ich euch hier oben nochmal verlinke und auch am Ende nochmal, wer das noch nicht gesehen hat. Da gebe ich auch ein paar Infos zur zweiten Season und zum dazugehörigen Battle Pass. Wer das noch nicht gesehen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Haken, wie gesagt, bei der Sache ist, schafft ihr es in dem kommenden Spiel nicht um die Top 5, fliegt ihr sofort wieder raus, müsst nochmal ein neues Spiel starten, mindestens fünfter werden, dann qualifiziert ihr euch wieder und so weiter und so fort. Theoretisch könnt ihr auch unendlich lange in diesen Elite-Spielen drinne bleiben. Ihr müsst halt immer mindestens fünfter werden. Was im Detail nicht irgendwo zu lesen ist, passiert noch irgendwas, wenn ich mich, sage ich mal, 10, 15 oder unendlich lange Spiele in dieser Elite-Warteschlange aufhalte. Das ist leider überhaupt nicht ersichtlich. Gibt es eine Finale oder sonst irgendwas? Fakt ist, Runde für Runde wird es halt immer schwieriger. Das kann ich euch dazu sagen. Jetzt gehe ich mal darauf ein, welche Herausforderungen es mit dieser Elite-Warteschlange so gibt. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, die Elite-Spiele gehen nicht wie gedacht nur das ganze Event bis zum 18., sondern übergreifend bis in die zweite Season, bis zum 2. Juli. Allerdings ist der Nachteil dabei, sämtliche Herausforderungen, Skins, die damit gekoppelt sind, kann man ab dem 18. nicht mehr oder ab dem 19. sozusagen, wenn das Event vorbei ist, nicht mehr freischalten. Also reißt euch den Arsch auf, dass ihr die ganzen Sachen freischaltet. Da sind ein paar richtig, richtig geile Sachen dabei. Was ihr jetzt im Detail machen müsst, sage ich euch jetzt. Welche Herausforderungen gibt es im Elite-Spiel und was schalte ich damit frei, zeige ich euch jetzt. Erste Sache, relativ simpel. Ihr startet ein normales Spiel, werdet mindestens 5. Habt euch quasi einmal für das Elite-Spiel qualifiziert und bekommt diese Plakette. Relativ selbsterklärend. Zweite Sache und auch noch relativ einfach zu erreichen, würde ich zumindest behaupten, ist für die G7. Das Wolfsrudelskin ist selten. Bekommt ihr, wenn ihr mindestens einmal ein Elite-Spiel mit in den Top 5 platziert habt. Ist auch noch, wie gesagt, relativ simpel, würde ich behaupten. Was schon relativ schwer ist und meiner Meinung nach das geilste Skin, was es bis jetzt im gesamten Spiel überhaupt gibt, ist für die Triple Take. Zieht euch das rein. Ein absolut wunderschöner Skin, finde ich. Also absolut genial. Da muss man aber schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Ihr qualifiziert euch wie immer für das Elite-Spiel und müsst es zweimal gewinnen. Dabei ist es aber nicht wichtig und das steht hier leider nicht, aber auf der offiziellen EA-Seite, die ich wie gesagt verlinke, steht das so drin. Ihr müsst die nicht nacheinander gewinnen. Das kann sein, ihr gewinnt die erste Runde, fliegt eventuell sogar aus der Elite-Runde raus. Müsst euch neu qualifizieren. Werdet einfach nur noch ein zweites Mal Erster und schon gehört euch diese Tarnung. Was jetzt allerdings hier gar nicht dabei ist, ist dieser Skin. Der wird da gar nicht angezeigt, warum auch immer. Das steht auch auf der offiziellen EA-Seite, wie ihr den Skin für den Blatthorn freischaltet, den ich auch sehr, sehr geil finde. Sagt auch so ein bisschen das Logo, was ihr in der Mitte seht mit dieser 5. Bedeutet nichts anderes. Mindestens 5 Mal. Ich lese es nochmal nach, nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. Ihr müsst mindestens 5 Mal in der Elite-Warteschlange 5. werden. Das genauso wie bei der Triple-Take nicht nacheinander, sondern fliegt einfach raus, qualifiziert euch neu. Werdet mindestens 5. in den Elite-Spielen und das 5 Mal insgesamt. Und schon habt ihr auch diesen Skin. Sollte eigentlich auch machbar sein. Deswegen finde ich persönlich, ist eigentlich der Skin für die Triple-Take komplizierter zu erreichen. Das sind eigentlich alle Herausforderungen, sind nicht viele, aber für manche vielleicht gar nicht so einfach zu erreichen. Jedenfalls sind das alle Sachen, die ihr bei den Herausforderungen freischalten könnt. Kommen wir jetzt zu dem Kritikpunkt, den ich üben muss. Und zwar betrifft das alle Leute, die nicht Inhaber des Battle Passes sind. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Könnte natürlich auch ein Trost für die Battle Pass Inhaber sein. Denn die meisten von euch wissen, der Battle Pass hatte einen ziemlichen Hate-Kommentar abgekriegt. Da war er noch nicht immer draußen, weil eigentlich zu, auch meiner Meinung nach, locker 90% da nur Mist drin ist. Und das ist tatsächlich so. Und das ist auch der Grund, warum den sich viele nicht gekauft haben. Ich kenne auch viele, die den nicht wollten, was ich völlig verstehen kann. Und zwar handelt es sich um einmal, ich gehe es mal hier durch, um den Skin für Wraith. Den man ab Battle Pass Stufe 15 bekommt und für die R301 diesen Skin. Den bekommt man sofort. Und deswegen habe ich das hier vorhin übersprungen. Hast du den Battle Pass auf Stufe 15 gelevelt, bekommst du diesen Skin. Der sieht richtig geil aus. Ist aber halt Fakt. Ihr müsst hier definitiv Geld ausgeben, um an diese Skins zu kommen. Das ist deswegen meine Meinung. Vielleicht wollte EA oder Respawn, wie sie nicht alle heißen, die da drin stecken, die Battle Pass Besitzer entweder vertrösten, weil nur Mist drin war. Weil sie ein bisschen Kritik angenommen haben. Oder, und das ist meine zweite Meinung und der größere Kritikpunkt eigentlich, vielleicht wollen sie noch mehr Kohle scheffeln. Wenn ihr jetzt mal auf den Tau guckt. Zwei Wochen lang geht die erste Season noch. Und danach ist auch der Battle Pass futsch. Wenn ihr euch jetzt extra wegen diesen Tarnungen 9,50 Euro in die Hand nehmt. Nur um für die R301. Und für, Moment, ich will es jetzt mal ganz kurz aufmachen. Ähm, aktiviert den auch gleich mal. Ich meine, das ist ein geiler Skin, wie gesagt. Aber gebt ihr jetzt echt 9,50 Euro dafür aus, nur um diesen Skin zu bekommen. Und für Wrave den Skin. Das wäre schon pure Frechheit. Allerdings, und das kann ich leider nicht bestätigen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Am Anfang, als der Battle Pass rauskam, habe ich gehört. Kauft ihr euch den nicht gleich? Und ihr zockt aber das Spiel dauerhaft. Soll man angeblich den Battle Pass trotzdem im Hintergrund leveln? Ob das jetzt stimmt, wie gesagt, weiß ich nicht. Was bedeutet, was weiß ich, wäre theoretisch, wenn ihr den gekauft hättet, schon Level 50 im Battle Pass. Entscheidet euch jetzt, okay, ich kaufe jetzt doch den Battle Pass. Soll es angeblich so sein, und das wäre wirklich ein Megatrost, dann lohnt es sich nämlich auch, dass man das alles, was man bis Level 50 freigeschaltet hätte, sofort frei hat. Sollte das der Fall sein. Wie gesagt, ich kann es euch leider nicht bestätigen. Ich habe das nur mal so gehört. Dann könnte es sich lohnen. Sollte das allerdings nicht so sein, würde ich es eine absolute Abzocke von Respawn finden. 9,50 Euro abzukassieren für ein Event oder für einen Battle Pass, der nur noch zwei Wochen läuft. Wie gesagt, danach ist Season 1 vorbei und der Battle Pass. Ich denke, ihr versteht, was ich mit der Kritik sagen will. Das war es zu der Kritik. Was gibt es noch Interessantes zu berichten? Und zwar ist es so, dass man jeden Tag mindestens einmal eine Battle Pass Stufe obendrauf bekommt, wenn man das erste Mal am Tag mindestens Platz 5 erreicht hat. Dieses Event gab es schon mal. Sollte eigentlich nur das kommende Wochenende so sein. Aber die haben sich entschieden, das gesamte Event durchzuziehen. Denn vom 7. bis zum 5. gibt es noch mal ein doppelte Erfahrungspunkte-Event auf dem Battle Pass und auf dem normalen Stufenaufstieg. Aber denkt jetzt nicht, dass ihr noch doppelte Punkte kriegt, wenn wir das erste Mal Platz 5 pro Tag erreichen. Das ist nicht so. Also bekommt ihr nicht zwei Battle Pass Stufen oben drauf. So ist das nicht. Kommen wir nun zum In-Game-Store. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Da zappen wir mal rüber. Denn ihr seht, alle 3-4 Tage rotieren hier legendäre Skins. Ob es jetzt für jede Legende einen neuen Skin gibt oder für verschiedene Waffen, weiß ich noch nicht so genau. Sollte es jetzt tatsächlich so sein, dass es für jede Legende so einen Skin gibt. Die sehen ja geil aus, keine Frage. Und ihr seht hier den Preis von 1000 In-Game-Währungen. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass 1000 gleich 10 Euro sind. Wenn wir jetzt für jede Legende eventuell so einen Skin kaufen könnten, wären wir bei 90 Euro bei 9 Legenden. Das wäre die absolute pure Frechheit. Allerdings weiß ich wie gesagt nicht, ob es wirklich für jede Legende so ist. Also, dass man nur so nebenbei erwähnt, muss jeder für sich selber wissen, ob er sich so einen Skin für so eine Legende zulegt. Ob es Waffen auch gibt, die so einen geilen legendären Skin haben, das weiß ich noch nicht. Das werden wir in den kommenden Tagen sehen. Äh, gibt es noch irgendwas zu berichten? Ähm, achso. Übrigens, diese, diese Skins, das kann sein, dass die in einem kommenden Event in der Zukunft nochmal kommen können. Das kann sein, dass man die nochmal kaufen kann. Das Einzige, was definitiv bestätigt wurde, was man nicht wieder freischalten kann, wenn man es in diesem Event nicht schafft, sind diese Skins, die ich euch hier vorhin gezeigt habe. Das war es eigentlich inhaltlich soweit von dem gesamten Event. Jetzt möchte ich euch aber mal noch, by the way, was zeigen, was mir vorhin zufällig aufgefallen ist. Denn ich habe vor einigen Monaten das Gerücht von irgendwelchen Drachen gehört. So, jetzt gehen wir hier mal drauf und schaut hier mal, ich versuche das jetzt für das Video, Moment, hier sieht man es nicht, hier sieht man es besser. Schaut jetzt mal, jetzt kommt hier gleich ein Care Package runter, was da oben am Himmel fliegt. Guckt da mal genau hin. Da ist ganz eindeutig, ich verliere hier schon die deutsche Sprache, ganz eindeutig extrem viele Drachen am Himmel zu sehen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das schon inhaltlich irgendwas mit dem Event zu tun hat, das weiß ich nämlich nicht. Steht auch nirgendwo geschrieben. Und jetzt würde ich euch eigentlich gerne mal bitten, mal so ein bisschen eure Meinung darüber loszuwerden, was ihr vom Inhalt haltet. Und kauft ihr euch den neuen Season Pass für die zweite Season, das würde mich auch mal interessieren. Seid ihr auf meiner Seite, wenn ich sage, dass ich das eine absolute Frechheit finde, mit dem Season Pass hier eventuell die Leute noch auszubeuten, nur um diese Skins hier zu bekommen. Diese folgenden würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn euch der gesamte Inhalt des Videos gefallen hat. Das würde mich mega freuen und unterstützen. Und für die fleißigen Zuschauer unter euch, die mich regelmäßig verfolgen, gibt es heute Nachmittag eventuell noch einen Livestream. Der gestrige hat ja leider nicht funktioniert für dieses kommende Event oder für das jetzt aktuelle Event. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.